Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute nochmal in den Runden mit Yunjin unterwegs. Ich wollte das Archiv hier auf Krampf durchkloppen und hab komplett vergessen, mal den Chart zwischendurch zu wechseln. Hey, die Yunjin-Fan-Wochen, Leute. Spezieller Fanservice an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde und, ja, gönnt euch. Die DB ist jetzt am Start fürs Mid-Chapter und dann geht die Reise bald in einen neuen Rift wieder los. Als würdest du nicht reichen, dass dein Perse das schon sagt. Hast du bald Geburtstag? Hallo Vic, moin moin. Äh, K.O. oder wie? Ah, ne, halt. Ah, sie hat Dingens dabei. Okay. Ich sehe nix. Versuch mal hier lang zu gehen. Mach's, Monty, moin. Einfach mal 29 Monate schon im Grenz-Schutz unterwegs hier. Ach, echt? Okay. Wie will's wissen. Oh, wow. Was, dass ich das hier nochmal geschafft hab. Oh, sogar noch den Stunt bekommen. Endlich ist der Server mal auf meiner Seite. So, sorry, Chat. Ich bin erstmal raus hier. Ich muss jetzt hier erstmal komplett gucken, was hier los ist. Gegen die alte Jägerin. Fuck. Scheiße. Hatte sie keine... Doch, hatte sie noch. Oh. Okay, okay. Balance haben wir noch, Leute. Wir sind ja heute wieder mit Balanced unterwegs. Aber wie wir sehen... Bei Business fragen, gerne Mike fragen. Um was für Business geht's da genau? Ums Jagd-Business? Das Todem, Alter. Das... Klingt aber auch immer laut. Ach, der ist schon durch. Leute, ich fühle mich hier gerade irgendwie ein bisschen unwohl, wenn ich ehrlich bin. Hm. Joy, wie viel Platz braucht man für die Übungen ungefähr? Charlie ist schon so voll im Modus, ey. Charlie hat schon richtig Panik gefühlt. Da brauchst du schon so eine Sporthalle, Charlie. Um es nochmal klarzustellen, die Challenge ist für jeden machbar. Und alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Und je beklopter man bei Fitness aussieht, desto besser. Geht nur darum, sich gut zu fühlen, nicht gut auszusehen. Was? Dann bin ich raus. Ich dachte, das ist jetzt mal meine Chance. Ah, geht zurück. Geht zurück. Herr Rins und ich beide in Kölle in der Buchs gehabt. Dein Aussehen sichert dir deine mentale Gesundheit. Wenn ich das Aussehen nicht mehr hätte. Was habe ich dann noch? Darf bei mir jeder mitspielen. Jeder, der auf der Freundesliste ist. Aber das liegt nicht an mir. Das liegt an DbD leider. Yo, Logic. Moin Moin. So, Logic, ey. Wie sieht's aus? Du bist doch jetzt hier auch auf der Zielgeraden, oder wat? Eine Woche noch, oder wat? Zehnter? Wat war da nochmal? Wie so wertige Camp Jägerin. Muss das so? Ich hab heute aber auch mehr Glück als Verstand wieder mit den Leuten. Freidach. Oh, Freidach. Okay. Und du möchtest nicht drüber sprechen? Okay. So schlimm kann doch nicht sein, wenn du nochmal hier die Zeit findest, Hallo zu sagen. Äh, Leute, sicher, dass du das machen willst? Ja, ist erwischt leider jemanden. Hat der Ghost Rider nicht rechtzeitig abgeliefert? Du bist direkt wieder weg. Alter, frohes Schaffen, Mann. Viel Erfolg. Wir drücken dir die Daumen. Freitag, ey. Ist übermorgen, wenn ich richtig informiert bin. Krass, ne? Ich mein, Logic war eigentlich schon relativ fleißig, würde ich sagen. So hatte ich den Eindruck zumindest. Wenn er hier so im Streamer war und erzählt hat. Glaub halt nicht, dass er so krass rumgepimmelt hat. Knechti, ja moin moin. Ich dachte, du musst nicht mehr auf der Switch spielen. Was? Hallo? Ist ja wohl bombenscharf, das Bild. Also, das Spiel zumindest. Über den Rest müssen wir ja nicht unbedingt uns einig werden. Knechti, was geht? Hey, Cookie Monster. Moin. Auch noch gar nicht gesehen hier. Ist da hinten, ja, Rina am Haken. Aber Rina nicht tot. Das ist doch schön. Kriegst du dich noch geheilt? Ich mach Rins sonst. Komm her. Soll ich? Ich scheint da hinten zu warten, so wie sich das anhört. Auf der anderen Seite ist noch ein Ausgang. Das Einzige, was hier scharf ist, bist du, mein lieber Gryff. Oh mein Gott. Das muss ich mir ausdrucken, Leute. Das hört man hier selten. Ich dachte, ihr fragt ihn jetzt wieder, ob er angetrunken ist oder so. Oh, Rina, jetzt hier nicht die Skillchecks verkacken. Mach nicht den jetzt. So haben wir nicht gewettet. Wollte halt ganz gern tanken. Rina, wo rennst du denn hin? Ja. Das ist jetzt ärgerlich. Ich versuche, mir mal zu zeigen. Schwein gehabt. Rinas Navi ist leider irgendwie nicht richtig konfiguriert gewesen oder so. Ja, das war's. Aber wenn da jetzt aufgemacht wird, da war doch jemand gerade. Na ja, okay. Oh, der hat sogar getroffen. So, wo ist Rina? Ja, die können ja schon easy den anderen Ausgang wahrscheinlich aufmachen, oder? Rina, bist du safe? Eine Schali ist scharf wie eine Schaufel. So ein Spaten ist schon ziemlich scharf an der einen Seite, oder? So wollen wir raus, oder wat? Ne, ich hatte das scharf nur gesagt, weil ich gerade verpixelt war. Ah, da hat jemand RTX off gemacht. Jetzt verstehe ich's, Leute. So, Joy ist auch im Koch, Lurk. Guten, gönn dir. So, eigentlich können wir raus, ne? Er hat Rina tatsächlich nochmal gefunden, oder sie? Nice, Rins, Alter. Gut getankt. Let's go. Das ist es dann auch schon gewesen. Ich würd mal sagen, hat Rina gecarried auf jeden Fall von der Community. Dankeschön für die Aufmerksamkeit, Leute. Wenn es euch gefallen hat. Ich freu mich natürlich wie immer über Kommentare. Ich freu mich über eine Bewertung. Und ich freu mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Und wenn du auch Kanalmitglied werden möchtest, da hab ich hier so einen kleinen Link für dich in der Endkarte, ne? Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.